... ... ... ... Hier in dem Bereich ist eine Traumskneufung... ...s mulch Ein Beispiel ist ein Dach an der Nahe, die Strecke von Mainz nach St. Alten und das ist eine Durchgangsfahrung von Mainz an der Nahe, die Strecke nach Baumulde abgebaut. Die Gebäude sind alle selbst gebaut und schließt praktisch an, wenn man eine alte Anlage und die Strecke von Baumulde nach Heimbacher braucht. Die Baumstelle kommt aus dem, wo man hier oben steht, wo die Wanderer da sitzen, dann hat man einen Blick ins Tal und sieht genau auf diese Mühle. Das habe ich schon bewundert, weil die Wanderer da fehlt. Auch diese Brücke, die Fußgängerbrücke über die Wagen. Die Häuser sind alle selbst gebaut, auch die Brücken sind original nach den Brücken, die in dem Bereich sind. Das ist halt praktisch diese größte Brücke, die nahe bei Ammo, bis auf diese Baumstelle. Wie haben Sie die Häuser gebaut? Woraus? Die Häuser sind also nach Original, nach Fotos, gestaltet und in das Geburt werden. Die Hauser sind dann mit Arbeit, mit B, was ich vom Drucker, also mit dem Computer gestaltet habe nach den originalen Bildern. Wenn man hier vorne in dem einen Haus sieht, dann sieht man auch hier dieses Schieferverkleidung. Das ist also so nach, wie das im Original noch zu sehen ist. Die anderen Gebäude sind also alle schon abgerissen, die gibt es nicht mehr. Dieses Haus gibt es noch und dahinten das Haus das Wohnhaus. Dieses Stellwerk, die beiden, gibt es nicht mehr. Und den Bahnhof an sich gibt es auch nicht mehr. Der ist also irgendwie so mit der Lagen, da kann man auch wissen wollten, neu gebaut worden. Den Bahnhof, den gibt es noch, der ist der Bahnhof in Nun, das war jetzt privat. Aber, äh, der hat uns nachgefunden. Ja. Und die anderen Sachen haben die aus Fotos nachgebaut. Ja. 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 Das ist praktisch dieses. Das Vorbild. Ja. Und dieser Brückelein. Ah ja. Ja. Das ist der alte Bahnhof in Heimbach. Ja. Ja. Aus dieser. Ja. Aus der anderen Seite. Ja. Das ist das Haus dahin. Ja. Das ist also nicht das Modell, sondern das ist das Original. Original. Ja. Aber es sieht genau aus wie ihr Modell. Toll. Ja. Das ist praktisch das Stellwerk, das man... Ja, ja. Ne, das ist das hier. Ja. Aus dieser Richtung. Genau. Ja. Das ist praktisch dieses Gebäude. Ja. 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 Toll. Ganz original. Diese Brücke, das ist also... Ne, das ist die erste Brücke da. Ja. Das ist ja hinten die erste. Ja. Und das ist praktisch nochmal ein Bestellwerk. Ja. Das ist die Mühle. Genau. Toll. Das ist die Mühle. Toll. Ja. Wahrscheinlich war es früher auch mal hier gewesen. Sieht man. Irgendwie. Ja. Könnte so sein. Eine alte Mühle, äh... Edelsteine gestanden. Wir sind also hier in der Edelsteine-Region. Ja. Schlau-Oberstein sind bestimmt. Ja. Ja. Und da sind halt... An den Flussläufen waren überall kleine Mühlen, die äh... Wo Steiffahrt dabei war, wo dann äh... Hauptsächlich Erharte gestanden wurde. Ja. Super. Ganz schön. Wir sind da wichtig. Das ist genau die Stadt. Ja. Ja. Wie ist das? Wie ist das? Ja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.